Herzlich willkommen bei unseren Hafermann Städtereisen. Ich schau mal hier bei uns auf die Website unter Städtereisen weltweit und schau mal was wir so im Programm haben. Natürlich haben wir hier die klassischen Metropolen in ganz Europa wie Paris, London, Wien, Rom, Florenz, Berlin, was haben wir noch? Straßburg, aber auch kleine versteckte Perlen wie zum Beispiel Fulda. Was spricht dafür, eine Städtereise mit Hafermann zu machen? Das ist einmal der reibungslose Ablauf. Mit unserem Hafermann-Reiseleiter haben Sie einfach die Möglichkeit, eine Stadt innerhalb von vier, drei, vier oder fünf Tagen in die Tasche zu stecken. Das heißt, Sie bekommen auf den Kurztrips einen unglaublichen guten Einstieg in die Stadt und wenn Sie nochmal wiederkommen wollen, das machen auch viele Gäste, auf eine längere Städtetour, wie zum Beispiel fünf Tage, wo Sie mehr Freizeit haben, wo Sie sagen können, okay, das hat mir besonders gut gefallen, da möchte ich nochmal hingehen, dann haben Sie dort eben die Möglichkeit, mit uns auch länger in diese Städte zu reisen. Was noch besonders wertvoll ist, sind zentral und persönlich ausgewählte Hotels. Wir legen besonderen Wert darauf, dass sie in zentral gelegenen Hotels untergebracht sind und natürlich ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm haben. Wir freuen uns, Sie bald auf einer Hafermann-Städtereise begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, auf Wiedersehen!